Hallo, mein Name ist Uwe Hettberg. Ich bin in der Geschäftsleitung für die HR-Themen im Hause Praxis. Mein HR-Team besteht aus 16 leidenschaftlichen Mitarbeitern, die aus den einzelnen Bereichen Personalentwicklung, Recruiting, Betreuung, Abrechnung und Verwaltung zusammensetzen. Die Zukunftsthemen für Brax als Arbeitgeber sind die Digitalisierung, Internationalisierung und Vertikalisierung und die sich daraus ergebenden großen Veränderungen aktiv zu gestalten, dabei aber auch die Mitarbeiter zu begleiten und in den Veränderungsprozessen zu unterstützen. Unsere Markenwerte smart, zielsicher und leidschaftlich sind auch im HR-Bereich sehr, sehr wichtig. Seit 2016 sind wir sehr intensiv dabei, diese Markenwerte im Bereich People umzusetzen. Die Werte sollen täglich von unseren Mitarbeitern gespürt werden und sollen auch in ihrem Verhalten eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Aus diesem Grund haben wir ein Corporate Behavior Guideline entwickelt. Es sind neun Leitsätze, die den Rahmen für unser Verhalten geben. Denn wir brauchen zukünftig Mitarbeiter, die positiv, authentisch und verlässlich sind und auch so in die Zukunft schauen. Der Brax Spirit zeichnet sich dadurch aus, dass wir ein Familienunternehmen sind, wo die persönlichen Belange der Mitarbeiter eine wesentliche Rolle spielen und auch der persönliche Kontakt sehr, sehr wichtig ist. Wir beschäftigen uns aber genauso mit den modernen Themen, die umtreiben, um ein Unternehmen auch weiterhin erfolgreich am Markt platzieren zu können. Wir verbinden weiter Tradition und Moderne, wie auch in den ersten Jahren meiner Beschäftigung. Gerade in den letzten Jahren haben wir einen neuen Bereich Personalentwicklung aufgebaut, der die Mitarbeiter sehr individuell abholt und in den Veränderungsprozessen begleitet. Zum Einstieg begleiten wir alle unsere neuen Mitarbeiter mit einem sehr ausgeklügelten Integrationsprozess und einem sehr umfangreichen Einarbeitungsplan. Im Anschluss daran entwickeln wir unsere Talente über die Personalentwicklung individuell weiter. Wir freuen uns auf Sie!